Hallo und ein herzliches Willkommen zurück, meine lieben Freunde, hier zur Pokémon Y-Naslog Challenge. Ja, wir stehen vor der nächsten Arena und da werden wir jetzt auch reingehen. Oh, da, 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 da. Da ist dran. pflanzen ist doch toll ist halt die frage mit was mit wem kämpfe ich konnte mit eigentlich mit g könnte ich gut reißen ich war was da reißen kann so zack da ist ein trainer da ist nix okay zack und hallo flower power spür die kraft von mutter natur bitte nicht geil setzt wie die cheater ein los schau mal was wir reißen können level ist unterschied ist halt schon enorm ouch 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 er war es zack zack ich mach zu wenig schaden es hat die frage was kann der noch böses wir tauschen aus ist doch besser für die gesundheit kratz vorher nervig schaden ja gut ist doch geil das bringt mich selber um noch einmal kommt du stirbst mein freund tschüss wie die cheater tja hättest mich nicht angefasst reflektor und geil wurde besiegt woher nimmst du bloß die kraft aus meinem achsch so trank trank das passt es passt einmal hoch zack und einmal rüber und noch mal rüber auf die 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 tä ê ich will den trainer haben gib dem die mir ja beküllst herausfordern zeigen mir doch mal deine pokémon nein zeige ich dir nicht Ranger Silvio. Kastadur. Stahlpflanze ist nicht so schön. Stahlpflanze ist nicht so schön mit... Ach, gucken wir mal. Paralyse. Du bist paralysiert. Das kann ich angreifen. Nein. Schauen wir mal, wie viel sie Strahl macht. Tchiu. Ach, okay. Ich tausche aus. Das dauert mir sonst zu lang. Komm zurück. Ui. Los. Oh, du triffst nicht, mein Freund. Flammenwurf. Zack. Tschüss, Kastadur. Mach's gut. Ja. Jetzt bleib ich grad drin und zerstör alles. Lombrero. Lombrero. Flammenwurf. Na, Mogelheb. Okay. Aber du kriegst auch Mogelheb-Schaden, ne? Flammenwurf. Und tschüss, Lombrero. Mach's gut. Ja. Und? Wie nur Fliebis. Interessiert mich nicht. Flammenwurf. Da. Und tschüss. Oh. Oh. Level up. Da, 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 da. Ninja Frosch auch. Yeah. Ein exzellentes Team hast du da. Ich weiß. Hab zwar ein paar Schwächen drin, aber... Krieg ich schon gebacken. Einmal rüber. Einmal runter. Hm. Einmal rüber. Und hallo, du. Ich werde dir freuen, den Sieg über dich mit deinem Pokémon teilen. Äh. Nein. Nicht wirklich. Elodie, ist jetzt Roselia in den Kampf? Kann ich sogar... Psycho-Attack einsetzen. Oh. Da haben wir. Ah, ey. Oh, das trifft. Auf jeden Fall. Zack. Zack. Wow. Fast. Oh, nein. Wieso? Zaubertank. Juuu. Egal. Ich mach mal, weil es noch kaputt. Ayroas. Zack. Zack. Und Roselia ist down. Level up. Du-du. Oh, Mann. Der Gift ist doch nicht da. Oh. Boom, bam, bam, man da. Muss leider wechseln. Das ist total scheißegal, wenn ich rein... Komm. Psycho, da hau mal. Oh, nein. Käfer-Attacken. Ah, ich duel. Uwe. Überreste. Uuuu. Überreste. Wieder heilen. Mogelhieb. Patsch. Kann ich. Und Überreste. Uuuu. Uuuu. Fast. Und... Psychoschock. Und... Pam. Fast. Komm. Hä? Wieso? Egal. Oh, nein. Dein Ernst. Piu. Unruh, um mich zu nerven, hä? Komm einfach durch, bitte. Ah. Einfach, um mich zu nerven. Ich hasse es nicht. Warum jetzt aber? Dein Ernst. Ach, geht doch. Tschüss. Boman Banda. Und... Ade. Uuuu. Nein. Sorgen gesagt, brauche ich nicht. Und Elodie wurde besiegt. Nach Saneda gesehen ein paar Tränen, ganz natürlich. Aber nur ein paar. Nur ein paar. Trank. 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 Gott sei Dank habe ich so kleine Tränke. Und hoch. Bin gleich da. Mein nächster Uriner-Orden. Ui. Und hoch. So. Da geht's. Da ist ja nix, hä? Und rüber. Und rüber. Und noch mal rüber. Der letzte Trainer, hä? Mein Team und ich haben ihren Perfekt miteinander. Das macht das auch so stark. Schauen wir mal. Rancher Cowrie, hier sitzt du, Floor, in den Kampf. Du, Floor. Chill. Aeroas. Mach. Schnitzel da raus. Oh, nein. Oh, nein. Stachelspor. Ich mach jetzt einfach. Egal. Äh. Das ist jetzt ein paar Heile ein. So. Ja. Mein Item für die Runde. Macht nicht viel Schaden. Juhu. Unglaublich. Aeroas. Zack. Und tschüss, du, Floor. Ja, Fahrungspunkte. Und. Psycho erreicht Level. Koko erreicht Level. Ja. Kokowei. Kokowei. Das. Hyper-Ei. Aeroas. Wow. Psychoschock. Dürft ja nicht viel abziehen, hä? Oh, es geht. Aeroas. Zack. Zack. Und. Stampf. Das könnte mir ein bisschen mehr wehtun. Okay, das geht ja noch. Gut, dann machen wir Kokowei. Zum Spiegelei. Tschüss, Kokowei. Gott sei Dank. Und Level 30. Zieht gut nach. Und Kaori wurde besiegt. Sieht ganz so aus, würden uns ein Team noch besser mit einer Armung nennen als wir. Zielfrage. Das ist die Frage. Kriege ich die? Gut, doch. Vor. Boah, das ist so weit hinten. Das ist halt mein Problem. So, dran, weg. Und alle, hopp, hoch. Tüt, tüt, tüt. Und alle, hopp. Und alle, hopp. So. Dann, mein Freund, du bist dran. Ich werde dich zu Kleinholz verarbeiten. Ja. Aber wen haben wir denn hier? Ich bin Amaro, der hieß die Arena Leiter. Na, wie hat denn ein Parkhaus gefallen? Ich habe den Grashalm, aus dem diese Anleitung steht, eigentlich nicht ausgesucht. Du kannst als kleiner Vorgeschmack auch für eine Stärke verstärken. Und jetzt bekommst du die volle Packung. Uh, yeah. Amaro. Uh. Papunga. Papunga. Papunga ist schnell. Das ist mein Problem. Dönerwelle. Wickelsamen, okay. Fang noch mal mit so einer Scheiße an. Hier. Schenke ich dir. Oh. Ist nicht so schön. Ah, hier was. Zack, zack. Oh, das zieht gut ab. Ah, komm. Au, das zieht ab. Ah. Ah. Akrobatik ist hässlich. Muss ich doch gleich mit voller Karacho. Ja, egal. Besser schnell als nicht. So. Los. Kommt auch noch durch. Schon Paralyse. Tja, Bollenhelm, hä? Flammenwurf. Schenke ich dir. Darfst du behalten. Tschüss Papunga. Erfahrungspunkte. Und Chef rum. Kommt schon so ein krasses Pokémon. Oh, das kann Felsgrab. Oh. Das, was mich umbringt, dürfte normalerweise nicht. Flammenwurf. Reicht das? Nein. Dampfwalze kann es sogar. Oh, scheiße. Das ist mir aber zu risky. Komm, G. Oh, fuck. Wenn er jetzt das andere sein soll, als das Zampfwalze. Klippertrank. Oh, fuck. Jetzt muss ich wieder wechseln. Das ist mies. Komm zurück. Los, Psyche. Bodycheck. Okay. Er macht so einen Käse. Heilen. Boah, Chef rum. Chef rum kann mir echt wehtun. Muggli, patsch. Oh. Psychoschock. Zack. Bam. Macht er mir Schaden. Hier, mach du mir. Oh, das geht ja noch. Das ist ja nichts. Heilen. Psychoschock. Zack. Ich bin immer noch schneller. Das ist gut. Zack. Und Chef rum ist weg. Woo. Gott sei Dank. Haha. G erreicht Level. Synchro Alarm. Nein. Und Firestrike erreicht Level. Und heilen. Was kommt noch? Ultrigaria. Okay. Macht mir jetzt keine Angst. Psychoschock. Zack. Woo. Pam. Und tschüss. Oh, Tregaria. Gott sei Dank. Die Freundschaft zu deinem Punkt mit auf viele Liebe und Gedulds. Ist er gewinnt. Was für ein ultimativer Kampf. Dein Team vertraut dir und du fraust deinen Prim. Das Zeichen des Sieges verleihe ich dir den Blattohren. Mit dem Blattohren kannst du auch außerhalb der Game. Vor allem Tackenflieger einsetzen. Außerdem gerechnet dir jetzt alle Poké und bis Level 6 sogar per Tauschhaltende. Oh, und das ist auch noch für dich. Strauchler. Die Teumattacke Strauchel ermöglicht es dir gegen eine Mitteilung von Gras in Straucheln und somit zum Fall zu bringen. Je schwerer das Tier ist, desto größer ist der angerichteter Schaden. Manche Pflanzen gelingen es dem Wachstum selbst Asphaltdecken zu durchbrechen. Das ist die Art von Stärke nach der ich strebe. Das war der Arena. So, und dann heißt es einmal Pokémon heilen. Ja, in einem Pokémon machen sie wieder topfit. Dann mach mal. Tipp, 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 tipp. Uh, gut. Dann würde ich mal sagen, das war's. Bitte partfreundlich. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und im nächsten Part geht es weiter. Bis dahin. Ciao. Bis dahin. Bis dahin.